Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Berlin Geschichte. Lang ist es her, ich glaube zwei Monate oder drei Monate sogar, oh Mann. Gegenüber sitzt mein lieber guter alter Freund Jan. Hallo Jan. Hallo Christoph. Wie ist der Sommer? Heiß, es ist heiß. Heute ist der Welchertag. Wir nehmen auf am 17.07.2023 um 19.24 Uhr. Genau, danke. Das ist wichtig für die Chronologie. Es ist wirklich sehr warm. Wir haben uns versucht, so gut wie möglich auf dieses folgende Thema vorzubereiten. Aber liebe Grüße an Octavia. An dieser Stelle wird gemeint, wir sind ja eine Turniermannschaft, wenn es darauf ankommt. Dann können wir auch abliefern. Auch unter schwierigsten Bedingungen. Danke Octavia. Aber Octavia ist nicht die Hörerin der Woche. Wir haben uns beide im Vorfeld darauf geeinigt, dass der nette Christian der Hörer der Woche ist. Und warum? Er hat es geschafft, per WhatsApp mir Kontakt aufzunehmen. Wie er es geschafft hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie über Facebook. Und er hat sich gedankt für den Podcast, uns ermutigt und gesagt, dass er das jetzt immer morgens hört, auf dem Weg zur Arbeit und noch ein paar Folgen vor sich hat. Und sich aber schon Sorgen macht, dass wir nicht mehr weiter produzieren. Also an dieser Stelle, ihr Lieben, wir machen weiter. Die Frequenz geht runter. Ich habe einen Auslandsaufenthalt, erfreulicherweise, für ein Jahr ab August. Ja. Und wir werden vielleicht die eine oder andere Folge mal online aufnehmen. Zwei nehmen wir in Reserve. Es kommt ab und zu mal was. Aber so richtig, richtig loslegen werden wir wahrscheinlich erst Mitte nächstes Jahr wieder. Aber zwei, drei Folgen werden noch kommen. Und das ist auch nicht ganz unser Verschulden, dass der Output jetzt ein wenig geringer geworden ist. Also manche Dinge, die fügen sich einfach nicht so, wie man das im Universum manchmal gerne hätte. Ja, genau. Und es wird, also was ja auch noch hinzukommt, es wird nicht leichter. Die Komplexität steigt. Und wie Christian auch richtig erwähnt hat, die Quellenlage nimmt natürlich zu. Man kann wirklich jetzt vom Hölzken auf Stöcksken kommen und wirklich sehr ins Detail gehen. Und da muss man halt auch immer selektieren, was ist jetzt interessant, wie bereiten wir das auf, was wir machen. Wichtig ist uns auch zu erwähnen, dass wir ein Laien-Podcast für Laien sind. Wir geben uns die größte Mühe, nehmen uns vernünftige Quellen, laden uns Gäste ein. Wir sind beide keine studierten Historiker. Und selbst da muss man ja eigentlich, um es richtig drauf zu haben, ja, auf diesen Schwerpunkt, zum Beispiel Preußen ja immer wieder spezialisiert sein. Also man kann ja Promotionen und Habilitationsschriften für jedes einzelne halbe Jahr, was wir hier durch Streifen schreiben. Das ist ja völlig klar. Die Zündhütchen der Musketen in preußischen Gewehren. Oh Gott, ja. Ich mache mal den Anfang. Wir sprechen heute über den Siebenjährigen Krieg oder den Dritten Schlesischen Krieg. Wie lange hat der gedauert? Sieben Jahre. Und manche nennen ihn auch den Ersten Weltkrieg, obwohl da wiederum auch einige sagen, dass die spanischen oder österreichischen Erbfolgekriege auch eine internationale Komponente hatten mit eben Schlachten, die diese einzelnen Fraktionen in Übersee, Indien, Nordamerika ausgefochten haben. Ich habe endlich mal diesen Film geguckt. Ja. Barry Lyndon. Also wirklich grandios, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das ist jetzt wirklich unser Filmtipp für euch. Stanley Kubrick hat einen Film, ich würde sagen, dass der auch so ein bisschen unter dem Radar ist, vielleicht so in den Schatten von Odyssee 2001 steht. Genau wie der Siebenjährige Krieg, der ist ja auch unter dem Radar. Man weiß relativ, also ich habe den Eindruck, der wird gar nicht mehr so richtig vermittelt. Nee. Aber es ist eine sehr spannende und sehr komplexe Angelegenheit. Wollen wir noch was über Barry Lyndon sagen? Ja. Ja. Das ist aus Wilhelm Makepeace Zachary. Makepeace, auch ein schöner Name. Wilhelm Makepeace Zachary Roman, die Memoiren des Junkers Barry Lyndon. Ab 1844. Und der Film wurde 1975 verfilmt von Stanley Kubrick. Und er hat keine künstlichen Lichtquellen verbindet in diesem Film. Also es ist alles nur mit Kerzenschein und Tageslicht ausgenommen und NASA-Kameras. Er dient in der sogenannten Observationsarmee, wenn ich das richtig verstehe, von den Briten. Und bekämpft dann auch in Mitteldeutschland und trifft dann auf die Franzosen auf Hardy Krüger. Auf Hardy Krüger. Das ist der Schauspieler, der Käpt'n Sturz. Potsdorf. Käpt'n Potsdorf. Sie sind ein Deserteur. Also auf jeden Fall, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieser Film entführt einen in das 18. Jahrhundert. Mit allen Kostümen und was so Gang und Gäbe war. Und das mit einer absolut genialen Kameraführung, mit einer langsamen Story. Der Film geht drei Stunden, aber halt weit entfernt von den überbordenden Filmerlebnissen, die wir heutzutage haben im Kino. Ja. Eigentlich wollte Kubrick ja einen Napoleon-Film drehen und das sollte eigentlich der Testlauf dafür sein, aber es gab ja noch nicht CGI oder sowas. Man musste ja diese Schlachten mit Hunderttausenden von Komparsen drehen und das war dann so nicht möglich. Das hätte ja sämtliche Mittel damals gesprengt. Aber der Film führt einen in die Zeit des Siebenjährigen Krieges und es gibt auch einen netten Kommentar. Da sagt der Erzähler in dem Film, dass er sich jetzt nicht die Mühe machen möchte, auszuklamüsern, warum jetzt dieser Krieg stattfindet. Auf jeden Fall sagt er nur, Barry Lyndon landet in Mitteleuropa mit den Engländern, kämpft gegen die Franzosen, dann desertiert er, wird von den Preußen gefangen genommen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Am Ende kämpft er auf Seiten der Preußens, dann wandelt sich die Uniformfarbe von Rot zu Blau. Wird ein Spieler, heiratet und am Anfang fiebert man mit ihm mit und am Anfang nicht mehr. So ging es mir. Aber lass es nicht zu viel spoilern. Also drei tolle Stunden warten auf einen. Übrigens, das letzte Mal, dass ich so ein Filmerlebnis hatte, war, ja nee, das letzte Mal, dass ich so ein Filmerlebnis hatte, war, als ich Apokalypse Now gesehen habe. Auch so ein Film-Epos, den mir alle irgendwie empfohlen haben und ich habe mir nie die Zeit genommen, mich drei Stunden hinzusetzen und das sind einfach auch Kunstobjekte, diese Filme. Okay. In der Tat. Was wir heute machen wollen, ist uns dann doch mal die Mühe heraus zu besprechen, wie es denn zu diesem Krieg kam, was daran so besonders ist und ja, was für Berlin und Preußen eigentlich auf dem Spiel stand. Das war nämlich eine sehr heikle Zeit. Welche Jahre waren es denn? 1756 bis 1763. 62. 63. Weil das ist ja 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Keule. Hm. Aber 56 plus 7 sind? Nee, so funktioniert das nicht, lieber Jan. Aber ich habe vorhin auch kurz so nachgedacht, hä, brauchen wir nicht 63, aber natürlich das 56 zählt als erstes Jahr. Ja. Und dann kommen die, gut. Ja, es waren knapp sieben Jahre. Vielleicht schneiden wir es viel aus. Der Krieg, ach Quatsch. Wollen wir mal die Ausgangslage beschreiben? Ja, der Krieg heißt ja auch überall woanders. Also der Krieg heißt ja auch überall anders. Also es hatte schon einen globalen Konfliktpotenzial aufgrund der kolonialen Ambitionen von England und Frankreich. Genau, richtig. Die waren im Prinzip auch Auslöser dieses Krieges. Genau. Es ging in Nordamerika um die Vorherrschaft in den Kolonien, kann man sagen. Und Frankreich wollte, und da muss man jetzt diese Personalunion unbedingt nochmal erwähnen, dass ja der König in England... George, der Zweite. Auch gleichzeitig meine ich Kurfürst vom Haus Hannover. Ja, von Hannover, ja. Ja, von Hannover war. Kur-Hannover, ja. Also damit hatten die Briten auch Gebiete auf dem europäischen Festland. Und deren Interessen haben sie auch vertreten. Genau. Und die Franzosen hatten vorgehabt, im Falle eines Konflikts mit England, den die Franzosen auch durchaus provoziert haben, Kur-Hannover als Pfand zu besetzen. Genau, richtig. Falls sie irgendwo Kolonien verlieren, dass sie sagen können, hey, wir rücken Hannover wieder raus, aber dafür lasst ihr unsere Kolonien in Frieden. Das war so die Idee am Anfang. Das war so die Idee am Anfang. Denn gibt es ein, ich glaube ins Rollen, also der Status Quo ist ja, dass Deutschland und Frankreich ein Bündnis haben. Nein, Preußen und Frankreich. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Deutschland und Frankreich. Muss man da noch differenzieren. Absolut. Also die Preußen und die Franzosen hatten ein Bündnis. Ja. Und die Franzosen und die Österreicher waren im Konflikt miteinander. Das ist ja auch traditionell, also Habsburger und Bourbon. Spanische Erbvölkerkonflikt. Genau. Und denn es ist so, dass es einen, ja, eine Verhandlung gibt zwischen Großbritannien und Russland. Ja, der Vertragsinhalt ist in jedem Fall zu Ungunsten Preußens. Also das habe ich jetzt nicht mehr auf den Trichter, weißt du das noch? Ja, Großbritannien hatte Angst, dass Preußen durch das Bündnis mit Frankreich Kuh Hannover besetzt. Dadurch haben die Briten einen Vertrag mit den Russen gemacht, dass sie doch bitte 50.000 Mann an der preußischen Grenze in Ostpreußen stattfinden. Und dass sie Geld bekommen. Subsidien. Subsidien, genau. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, dass wir uns in dieser Folge gut ergänzen werden. Das müssen wir auch. Das müssen wir auch. So, und denn es ist so, dass das Preußen durch Spione mitkriegt, diese Verhandlung. Da ist noch nichts ratifiziert. Und er schickt dann seinen, irgendeinen Schulbuddy, schickt er dann nach London zum Verhandeln. Und da wird jetzt ein Bündnis geschmiedet. Die Konvention von West. Richtig, genau. Der Vertrag mit den Russen wird nicht ratifiziert. Und Frankreich und Friedrich II. denkt eigentlich, dass er die Franzosen, weil die Franzosen keine alternativen Bündnispartner haben, und weil er die Interessen der Franzosen eigentlich nicht so beschnitten sieht in diesem Bündnis, denkt er eigentlich nicht, dass die Franzosen, und das machen sie nämlich, dieses Bündnis aufkündigen, was sie vorher hatten. Also es gibt ein britisches, preußisches Bündnis, wo man halt sagt, man schützt den mitteleuropäischen Raum, nordmitteleuropäischen Raum, die Ländereien. Vor Frankreich. Vor Frankreich, genau. Und die Franzosen sehen daran einen Verrat, weil die Franzosen, der an vitales Interesse ist ja mal Hannover, einzunehmen, als Kuhhandel, das haben wir vorhin erwähnt, und kündigt deswegen den Vertrag mit den Preußen. Aber da muss man sagen, richtig schlau gemacht haben das in der Zeit die Österreicher, Maria Theresia und ihr Graf Kaunitz, der Minister. Der hat nämlich mit Russland verhandelt. Man wollte natürlich Schlesien zurückhaben. Russland sollte Preußen angreifen. Russland sollte Ostpreußen besetzen, weil es die Gebiete im Baltikum haben wollte. in Kurland, in Gallen, in Litauen, in dem Bereich. Und das wollte sie mit Polen tauschen. Dann sollte Ostpreußen an Polen gehen. Dafür hätten die Russen dann die baltischen Ländereien zur Arrondierung haben sollen. Die Schweden sollten mit einbezogen werden, die dann an der Nordsee befindliche Ländereien einnehmen. Und so haben es die Österreicher eigentlich geschafft, in dieser neuen außenpolitischen Konstellation mit Großbritannien, den Preußen und den Franzosen, die Franzosen aus diesem Bündnis rauszulösen, und einen Verteidigungsbund zu eröffnen, zu dem später aber dann aber auch die Russen mit eintreten. So, ich glaube, dass das eigentlich ziemlich korrekt ist, was wir jetzt gesagt haben. Ja, 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 das ist korrekt. Also auch in diesen zehn Jahren Frieden, die es gab, war Friedrich eigentlich schon klar, dass diesen Sieg, den er gegen die Österreicher im Zweiten Schlesischen Krieg mit der Eroberung Schlesiens und der Behauptung Schlesiens da erlebt hatte, dass das auf sehr wackeligen Beinen steht, dieser Frieden. Und er war eigentlich permanent da bemüht, sich Bündnisse zu suchen, weil was sollte die Österreicher daran hindern, ihnen bei der erstbesten Gelegenheit wieder anzugreifen. Und das ging halt nur mit dieser Bündnispolitik. Und diese ganze Bündnispolitik der Österreicher, das kriegen natürlich die Preußen mit, das kriegt Friedrich II. mit. Und vor dem Hintergrund, also diese diplomatischen Bemühungen der Österreicher kriegt auf jeden Fall Friedrich der Große mit und das birgt neues Konfliktpotenzial. Denn es ist so, dass die Franzosen 1756 Menorca einnehmen, das ist britisch, und auf Corsica landen. Und das ist der Grund für die Briten, den Franzosen, den Krieg zu erklären. Und die Franzosen erklären etwas später den Briten wiederum den Krieg. Genau. Ja, und vorher gibt es schon Konflikte in Nordamerika und in Kolonien mit verschiedenen verbündeten indigenen Stämmen gegen... First Nations. First Nations, ja. Die sind mit den Franzosen verbündet, überfallen dann die Engländer. Also es geht um die Vorherrschaft in Nordamerika, Québec, Kanada, die Ecke. Es geht auch um karibische Inseln, es geht um Indien, um die kolonialen Besitzungen. Frankreich wollte den Krieg eigentlich erst später haben, hat jetzt aber auch schon rumgezündelt und so wird dieser Konflikt mehr oder weniger unausweichlich. Ja, und Friedrich kriegt mit, dass Österreich und Russland gemeinsame Sache gegen ihn machen und mobilisiert daraufhin Regimenter in Schlesien und in Ostpreußen. Im Juni 1756 oder 1756 besetzt denn die preußische Armee Sachsen. Ja. Und schließt, ich glaube, die erste Schlacht ist um Pirna, da werden die sächsische Armee eingeschlossen. Ja, typisch die Sachsen, wieder in jedem Krieg mitmachen und immer auf der falschen Seite stehen. Ja, da sind 20.000 Mann gefangen genommen worden. Die sind später alle desertiert, aber das war eine Präventivmaßnahme. Friedrich greift Sachsen an, besetzt Dresden relativ schnell und schließt bei Pirna die komplette sächsische Armee ein. Genau. Das führt dann dazu, dass die Österreicher anrücken müssen, um die Sachsen zu entsetzen. Richtig. Und Sachsen hat er auch deswegen eingenommen, weil das natürlich auch eine relativ reiche Region war und der Krieg sollte dadurch natürlich auch durch diese besetzten Gebiete, das war ja immer die Idee, finanziert werden. Ja, und er konnte die Elbe runter, die Kanonen einfach von Magdeburg nach Dresden Richtung Böhlen. Genau. Mit diesem Präventivschlag, das hat aber zur Folge, dass jetzt auch die Franzosen in den Krieg eintreten. Warum? Ja, warum ist eine gute Frage. Also ich, sag mal. Also durch den preußischen Einmarsch in Sachsen passieren folgende Dinge. Preußen wird der Reichskrieg erklärt vom Heiligrömischen Reich deutscher Nationen. Genau. Preußen stört den ewigen Landfrieden und es wird eine Reichsarmee aufgestellt. Also da sind auch Bayern drin, da sind Süddeutsche drin und so weiter. Und Frankreich erklärt auch den Krieg als Schutzmacht des westfälischen Friedens. Ah, okay. Und Schweden eigentlich auch. Frankreich und Schweden waren ja zwei Garantiemächte für den westfälischen Frieden. Und Frank, die Schweden erhalten dann Geld von den Franzosen, damit sie auch 20.000 Mann aufstellen. Also im Prinzip ist jetzt mit diesem Präventivschlag ist Preußen umzingelt von Gegnern. Mit dem Krieg. Mit dem Krieg. Von Schweden, von Russen, von Österreichern, von der Reichsarmee, mit Süddeutschen, Bayern und von den Franzosen. Ja, einer gegen alle. Und ich glaube, das ist in Bevölkerungszahlen, habe ich sowas gelesen, wie 4 Millionen gegen 80 Millionen Einwohner. Ja, die Armeegrößen sind nicht ganz so, es sind ungefähr 34.000 Preußen und Briten gegen 500.000. Entschuldigung nochmal. Das reicht nicht. Es sind 340.000 Preußen und Briten gegen 500.000 Franzosen, Österreicher, Russen, Schweden. Also von der Truppenstärke. Und wir haben natürlich immer noch die, das haben wir in den letzten Folgen auch schon besprochen, natürlich die Preußische Armee ist die schlagkräftigste. Sie schafft die höchste Frequenz an Schüssen, hat den besten Drill und so weiter. Und damit werden auch immer wieder, das war ja auch in den vorherigen Schlesischen Kriegen so, dass die Preußische Armee dadurch in die Lage versetzt wird, auch eine Unterzahl Schlachten zu gewinnen. Und in den Jahren des Friedens, also in den zehn Jahren nach dem Zweiten Schlesischen Krieg, wurde auch die Preußische Armee noch einmal aufgerüstet. Wo wir ja vorher in den ersten Schlesischen Kriegen so Schlachten von 20.000 Mann bis 40.000 Mann hatten, haben wir jetzt Schlachten von 60.000 bis 80.000. Okay, also jetzt haben wir eigentlich, ich wollte sagen, wir haben jetzt den Kontext. Ja, müssen wir nochmal erwähnen, dass das eine relativ krasse Nummer ist, dass Preußen mit vielleicht ein bisschen Hannover und ein bisschen Braunschweig zusammen gegen Schweden, Russland, Frankreich, Deutschland, Österreich kämpft, also komplett in der Unterzahl ist. Ja, im Prinzip gibt es nur Geld aus Großbritannien und es gibt auch später auch Truppen aus Großbritannien, die gegen die Franzosen kämpfen. Genau, das geht nicht lange gut, können wir schon mal spoilern. Genau, das ist diese sogenannte Observationsarmee, die ziemlich früh auch geschlagen wird. Ja, na welche Idee hat jetzt Friedrich? Er wollte Sachsen schnell einnehmen, dann wollte er mit seiner Armee nach Böhmen gehen, Prag besetzen, um die Österreicher dann auf ihrem eigenen Land zu einem schnellen Friedensschluss zu zwingen und das hat nicht funktioniert. Aber das war die Idee dahinter, warum er überhaupt so etwas anfängt. Und die Taktik war, dass man immer versucht hat, den Zusammenschluss von großen Armeen zu verhindern. Das immer zuerst zu einen und dann zu anderen. Und eigentlich ist es auch so gewesen, dass wenn diese Armeen Zusammenschlüsse stattfanden, dass dann auch häufig Niederlagen folgen, lustigerweise, weil dann Übermacht zu groß war. Wollen wir jetzt... Sein Buddy ist ja hier sein Bruder Heinrich, ne? Der war der Kronprinz. Heißt der Heinrich? Das ist nicht der Kronprinz, ja Prinz Heinrich, ja. Das ist nicht Kronprinz? Nee, das ist... Also Friedrich hat ja keine Kinder. Genau. Aber die Krone geht später an August Wilhelm. Okay, aber ich glaube, er macht seinen... Na gut, einfach stand. Prinz Heinrich, der war auch... Der war homosexuell, der war auch nicht besonders gut mit Frauen und Dynastie erhalten. Der war so ein bisschen... Der war schon der schillerndste Charakter nach Friedrich von dem Haus und Zollern. Das Prinz-Heinrich-Palais hier in Berlin, was dann gebaut wurde in der Zeit, die heutige Humboldt-Universität. Der war eine starke Nummer, aber sein älterer Bruder hat ihn nicht immer mit Respekt behandelt. Aber er war am Ende ein sehr wichtiger Feldherr, der auch zweimal diesen Krieg retten wird, ja. Okay. Gut. Also wir haben jetzt... Preußen ist jetzt gerade in Sachsen einmarschiert, hat eine Armee in Pirna belagert. Wir sind im Jahr... Hat eine Armee bei Pirna eingeschlossen, doch. Wir sind im Jahr 1756. Die preußische Armee besetzt Dresden auch kampflos. Ja. Und dann rückt diese österreichische Armee unter Feldmarschall Braun vor. Ja. Und dann zieht Friedrich II. mit der Hälfte seiner Armee der anrückenden österreichischen Armee entgegen. Und dann gibt es eine große Schlacht bei Lobositz in Böhm, die mit einem preußischen Sieg endet. Und die Österreicher können die eingeschlossenen Sachsen nicht erreichen. Und die kapitulieren dann auch im selben Monat, 1756. Und Sachsen wird ja vorerst in preußische Dienste gepresst. Aber dann kommen diese ganzen Desertationen und diese Armeen landen dann auch wieder in der österreichischen Armee und kämpfen dann irgendwann auch wieder gegen die Preußen. Das ist das Jahr 1756. Ja, ja. Da kämpfen etwa 35.000 Österreicher gegen 28.000 Preußen. Und die Preußen dachten eigentlich, naja, wir haben die Schlacht schon wieder verloren. Die Preußen haben sich da auch ganz schön aufgerieben. Und dann sind die aber nochmal vorgerückt. Und die Österreicher dachten dann nicht, dass die Preußen, wie heißt es so schön, ihr Pulver schon verschossen hatten, haben sich daraufhin zurückgezogen. Das heißt, auch dieser Schlachtausgang ist aufgrund eines, naja, Missverständnisses geschehen. Aber es war in preußischen Sieg. Genau. Also wir haben die ersten Scharmütze, oder nee, das geht ja weit über Scharmütze. Ja, es war eine große Schlacht. Wir haben echte große Schlachten im Jahr 1756. Wenn man es vorher überlegt, das war halt wirklich tatsächlich chronologisch. Müssen wir auch. Also, ja, nochmal zu dieser Schlacht. Das ist natürlich ein Riesenverschleiß an Mensch und Material auch wieder. Aber, ja, die Preußen gewinnen die erste Schlacht. Die Österreicher können die Sachsen nicht erreichen und befreien. Und darauf sind die Preußen jetzt erstmal im Vorteil im Jahre 1756. Ja, 1757 geht es. Cashews. Ja, ja, die obligatorischen Cashews. Genau. Ja, dann ziehen die Preußen nach Böhmen weiter und wollen Prag besetzen. Aber am 1. Januar? Ja. Das ist noch der Stichtag, an dem der Reichskrieg den Preußen erklärt wird. Ja. Und Russland tritt jetzt auch in diese Allianz mit Österreich und Frankreich ein. Hm. Am 1. Januar 1957. Und daraus wurde dann im Mai aus dem Defensivbündnis offiziell ein Offensivbündnis. Und damit haben wir, auch in Mitteleuropa, das ist eigentlich auch, hat auch historischen Wert in der Bündnisumkehr. Weil es ist total atypisch. Dass die Franzosen und die Österreicher zusammengegangen sind. Ja, das ist auch ein Resultat dieses Krieges. Und in diesem Jahr 1757 haben wir auch diese Observationsarmee, die von den Briten ausgehoben wird, also gegen die Franzosen kämpft am Rhein. Die Briten sind am Ende die einzigen, die ihre Kriegsziele erreichen. Was ist? Es ist ein Hauptkonflikt. Es geht um Interessen. Es geht um Macht. Es ist ein ganz klassischer Krieg. Es ist sehr viel Diplomatie dabei. Sehr viel Geheimdiplomatie. Es gibt Spionage. Es ist unglaublich spannend. Und am Ende setzt Friedrich mal wieder in Unterzahl alles auf ein, zwei Karten. Und es klappt nicht so gut. Übrigens, diese Truppen der deutschen... Der Reichsarmee. Der Reichsarmee. Bestand aus 6800 bayerischen, 4000 württembergischen, 6000 kurpfälzischen und 1800 kurkölnischen Truppen. Ja, die Württemberger. Es gab später noch, ja, Friedrichsplan war jetzt Prag einzunehmen, Böhm, Tschechien, die Hauptstadt. Das ist auch wie in den Kriegen zuvor, in den Schlesischen Kriegen. Geht er wieder nach Böhm, will natürlich im Land des Feindes kämpfen, damit er seine eigenen Ressourcen da schonen kann. Und natürlich auch Böhm, reiche Provinz, will er natürlich dann auch ausnehmen für seinen Krieg. Es gelingt ihm, Prag einzunehmen. Ja, zu belagern, ne? Zu belagern, ja. Ach ja, zu belagern. Also ein Belagungsring drum. Er hat es nicht eingenommen. Ja. Und die Österreicher ziehen sich dann in die Stadt zurück. Seine Idee war, Prag einzunehmen, sich dort festzusetzen, Winterquartier zu nehmen und aus Böhm dann die nötigen Ressourcen zu bekommen. Beziehungsweise Österreich an den Verhandlungstisch zu bringen und sagen, so, ihr verzichtet jetzt endgültig auf Schlesien, dafür könnt ihr Böhm meinetwegen wiederhaben. Preußische Kriegsziele waren natürlich noch Erweiterung hier und da, vielleicht um Sachsen, aber am Ende auch, je nachdem, was man dann bekommen konnte, wie die Kräfteverhältnisse waren. Friedrich muss sich jetzt entscheiden, weil es kommt ein Entsatz her aus Österreich und auch wieder unter Feldmarschall Graf Daun, der ist ja auch immer ständig wieder erwähnt. Und die Preußen entscheiden sich dann, einen Teil der Truppen in dieser Belagerung zu lassen oder eigentlich mit einer relativ kleinen, eher nicht so schlagkräftigen Truppe oder nicht schlagkräftig genug Truppe, diesem Graf von Daun entgegenzuziehen. Und dann kommt es am 18. Juni 1757 zur Schlacht von Colleen. Willst du was dazu sagen? Er verliert sie. Er verliert sie. Ja, also er fängt dann wieder an mit der schiefen Schlachtordnung, das wird dann relativ berühmt, das macht er bei Leuten später auch. Also er überlastet einen Flügel seiner Truppen, indem er den ganz stark verstärkt und dann einen Zwangangriff macht. Also mit massierten Truppen einen Flügel angreifend und einen Teil der Truppen erstmal verbergen und den Gegner so signalisieren, ach guck mal, das ist ja gar nicht so stark, dann greifen die an und rennen in ihr Verderben. Das ist so eine Taktik für ihn, die er ein paar Mal angewendet hat und bei Colleen geht es total daneben. Genau. Also aus dieser Schlacht wird Friedrich auch der Satz zugeschrieben, Hunde wollt ihr ewig leben oder ihr verfluchten Racker wollt ihr ewig leben. Ja, dann gibt es später auch noch Filme. Aber so, hier geht gefällig sterben, erfüllt ihr eure Pflicht. Also in dieser Schlacht kämpfen 35.000 Preußen und 54.000 Österreicher. Also Preußen in der Unterzahl ist für die Preußinger kein Problem, aber Feldmarschall Daun, der ist jetzt auch nicht ohne. Ja, Preußen verliert diese Schlacht. Genau, und infolgedessen müssen sie Böhmen räumen, sich nach Sachsen zurückziehen, weil sie nicht genug Truppen haben. Und dann kommt auch noch diese Reisarmee, die in Thüringen landet und dort ist dann auch wieder Friedrich gezwungen, dahin zu eilen. Und die überlegenen österreichischen Truppen besiegen dann in der Schlacht von Meus die Preußen. Ja, nur noch ein paar Namen nochmal zu erwähnen bei der Schlacht von Colleen. Da sind so Leute dabei wie von Seidlitz, von Taunzin. Man kennt ja auch die Namen der Straßen im Generalzug. Und Zieten ist auch wieder dabei. Die hatten wir in den letzten Jahren auch. Also es gibt sehr viele berühmte preußische Generäle. Man findet die auch alle unter dem Denkmal unter den Linden gegenüber beim Forum Feridizianum, was in der Zeit auch gebaut wurde. Anhalt-Dessau und so. Also es gibt oft Situationen, wo die Generäle dem König eigentlich mal wieder aus der Patsche helfen. Also vor allen Dingen Seidlitz mit der Kavallerie und Zieten. Die decken dann den Rückzug. Die haben ihn auch schon getränkt. Oder auch sein Bruder Heinrich. Die sagen, das wird hier nichts mehr. Preußen muss sich komplett aus Böhmen zurückziehen. Hat erstmal verloren, weil damit ist die komplette Strategie hinfällig. Und nach diesen beiden Niederlagen in Colleen und in Meus müssen sich die Preußen zurückziehen. Und am Ende November 1957 befindet sich der größte Teil Schlesien. Ist dann wieder unter österreichischer Kontrolle. So und dann kommt, ein bisschen kurz davor, im Oktober 1757 passiert was sehr Interessantes. Und da wollen wir mal wieder so ein bisschen den Berlin-Bezug machen. Berlin wird, was passiert, Janni? Oh, Berlin wird besetzt. Ja, der Husarenstreich 1757. Der Husarenstreich ist eine ganz gezielte Militäraktion im siebenjährigen Krieg. Und in deren Verlauf wird die Hauptstadt, also Berlin, durch Truppen des kaiserlichen Feldmarschallleugnants Reichsgraf Andreas Hadek von Futak am 16. Oktober 1757 für einen Tag besetzt. Und die Anregung kam dazu von dem Prinzen Karl-Alexander von Lothringen. Und dieser Hadek stand unter dessen Oberbefehl. Also quasi ein kleiner Teil seiner Truppe ist dann unter dem Befehl der Regie von Hadek dann nach Berlin gegangen. So, es standen irgendwie in Elsterwerder 900 Mann Infanterie, 2100 Mann Zulianer und Gratiskaner Grenztruppen, 1000 Kürassiere, 1100 Husaren. Und die sind dann über Lippen und Mittenwalde aufgebrochen. In der Nacht zum 16.10. in Königs Wusterhausen hat man sich dann auf den Weg gemacht, also südlich, südöstlich. Und dann hat dieser Hadek eine wesentlich größere Macht vorgetäuscht, indem er so Lagerfeuer gemacht hat, dass die Preußen dachten, das sind eigentlich viel mehr mit diesen Lagerfeuern. Und dann hat man das schlesische Tor und die Spreebrücke gestürmt, dann konnte man aber, dann ist in Begleitung des Berliner Kommandanten von Rocho, auf den komme ich in Herna war, zu sprechen. Der hat dann die Königin von Preußen in Sicherheit gebracht in die Stadt, in die Festung Spandau. Wahrscheinlich hat er sich einfach nur verdrückt, weil er Angst hatte, da kommen wir noch zu. Und gegen eine Kontributionszahlung von 200.000 Thalern und 25.000, die der Hadek an die Truppe verteilen konnte, hat man dann von der Stadt abgelassen. Brandschatzen. Genau. 100 Jahre nach dem 30-jährigen Krieg, endlich wieder Brandschatzen. Und abgehauen sind sie, weil es eine Entsatzmacht gab vom Fürst Moritz von Dessau, der nur zwei Stunden entfernt von Berlin lag. Und vor dem Hintergrund ist man dann auch kurz danach wieder abgezogen. Also das war die erste Berliner Besetzung. Haben sie nicht aufgepasst. Das haben die Wagner-Söldner ja doch nicht so gut hinbekommen. Einfach mal schnell nach Moskau, schnell nach Berlin rein. So, okay. Ja, 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 ja. Ja, 1757. Ja, 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 ja. Hast du noch was zu 1757? Klar. Schlacht von Leuten ist auch sehr berühmt. Das ist auch wieder mit der schiefen Schlachtordnung, da gelingt es Friedrich nochmal die Österreicher aus Schlesien rauszuschmeißen. Wo bist du da? Schlacht von Leuten am 5. Dezember und schlug sie entscheidend. Die Schlacht von Leuten hat eine recht große Bedeutung mit dem Choral von Leuten, den die Preußen nach diesem Wahnsinnssieg dann auf dem Feld gesungen haben. Nun danket alle Gott und so. Ja, genau, genau. Da entsteht auch so dieser Preußen-Nationalmythos. Das ist so ein gemeinsames, das ist so ein Kollektivmoment für die preußische Armee, dass sie sich dann auf, dass sie sich noch immer wieder beziehen wird. Allerdings auch andere Leute. Hitler wird dann auch diesen Kadavergehorsam später wieder ad absurdum führen. Friedrich hält eine emotionale Ansprache an seine Generäle. Er sagt auch, die sollen die bitte ihren Soldaten weitergeben. Wir sind hier eine Nation, wir kämpfen zusammen. Und hat er rhetorisch wohl sehr gut gemacht. Also die Rhetorik wird hier als Mittel der Kriegsführung dann auch noch mit eingesetzt. Oder der Politik, was später Napoleon natürlich noch perfektionieren wird. Aber das hat sich Napoleon später auch ganz eindeutig zum Vorbild genommen. Möchtest du noch was zur Schlacht vor Leuten sagen? Da kämpfen auch 35.000 Preußen unter Friedrich II. gegen 66.000 Österreicher gegen Karl Alexander von Lothringen. Und die Österreicher haben 20.000 Verluste dabei, davon die Hälfte allerdings Gefangene. Und die Preußen haben 6.000 Verluste. Das war halt auch wieder ein Wahnsinnssieg. Zu diesen Wahnsinns-Niederlagen, die noch dazu kamen, unter anderem kam aber noch ein Wahnsinnssieg davor. Und zwar bei Rosbach gegen die Reichsarmee und gegen die Franzosen. Bei Leipzig, Rosbach, Sachsen-Anhalt. Ach ja. Rosbach, Naumburg. Da schlugen die Preußen dann eine vereinte Armee, also die Reichsarmee mit den Franzosen zusammen. Und das hat in der Welt natürlich nochmal ordentlich für Aufsehen gesorgt, dass die Franzosen halt geschlagen werden konnten. Und das hat dazu geführt, dass sich die Franzosen für 50 Jahre dann erstmal aus Mitteleuropa entfernt haben. Und auch die Reichsarmee trat dann nicht mehr in Erscheinung. Und das war auch so ein Nationalitätsmoment. Zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe hat gemeint, naja, sein Vater war eher so kaisertreu. Und er war eher so fritzisch eingestellt. Und es waren auch viele Württemberger, die protestantisch waren. Die haben es eigentlich eher mit den Preußen gehalten und sind dann später noch zu denen desertiert. Es war ja noch immer dieses katholische, südliche, französische, österreichische gegen das norddeutsche, preußische. In Übersee wurden Würzstuben nach Friedrich dem Großen benannt. Ja, genau. Aber man muss ja sagen, dass in diesem Jahr auch die ersten Gefechte stattfinden mit Russen. Und dass auch die Kampfhandlungen zwischen Schweden und Preußen aufgenommen werden. Ja, eigentlich rennt Friedrich mit seiner Armee nur hin und her. Zwischen Sachsen, zwischen Schlesien, nach Böhmen kommt er gar nicht mehr. Und ist eigentlich nur noch dabei, sich die ganzen verfeindeten Parteien, die sich die Gegner vom Leib zu halten eigentlich. 1757 sind wir noch am Ende, ja. Ja, die Pommern fallen ein, äh, die Pommern, die Schweden fallen in Pommern ein. Es sieht alles nicht gut aus. Alle bedrohen natürlich die brandenburgischen Kernlande, die Mark Brandenburg und die Stadt Berlin. Und wie du ja gesagt hast, wurden ja schon mal durch den Hosarenstreich eingenommen. Ja, und damit war der Krieg eigentlich vorbei. Also es ist dann nicht mehr viel passiert. Die Ressourcen gingen so langsam zu leigen. Genau, das waren erstmal die großen Schlachten. Eigentlich können wir schon ins Jahr 1758 gehen. Das ist nämlich so, dass russische Truppen Teile von Ostpreußen besetzen, unter Graf Wilhelm von Fermor. Und er wurde aber durch Friedrichsatz II. in der Schlacht von Zornsdorf gestoppt. Dann ziehen sich die Russen wieder hinter die Weichse zurück. Und weil die Russen sich zurückziehen, sehen die Schweden davon ab, in der Mark Brandenburg einzumarschieren. Aber gleichzeitig besetzen jetzt österreichische Truppen fast ganz Schlesien in Abwesenheit dieses preußischen Hauptkontingents. Wie du es schon gesagt hast, die müssen hin und her. Ja, die Preußen schlagen dann aber nochmal die Österreicher in der Schlacht bei Hochkirch und versuchen Dresden zu nehmen. Das gelingt aber nicht. Und müssen sich dann auch nach Böben zurückziehen. Also eigentlich ist Friedrich nur dabei, hin und her zu rennen. Und so hier weg, da weg, immer mit der Armee hin und her zu manövrieren. Was dann vielleicht so als seine große Leistung angesehen werden kann, dass er es halt wirklich schafft, sich die gegnerischen Armeen vom Leib zu halten. Aber es gibt ein bisschen... Entschuldigung. Er hat den Präventivkrieg begonnen. Er hat den Krieg begonnen, mal wieder. Hat er erst angegriffen, um Sachsen zu besetzen. Er wollte schnell Böben einnehmen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist er eigentlich nur noch dabei, sich zu verteidigen. Aber durch seine Spione war ihm ja auch schon vorher bewusst geworden, okay, Österreich und Russland, die wollen mich angreifen. Hätten sie wahrscheinlich auch getan. Hätten sie wahrscheinlich auch getan, ja. Also zu tief war die Erniedrigung in den ersten Schlesienkriegen für Maria Theresa, ne? Naja, und der Graf Paunitz wird es auch mit Anteil auf allen Waffen geworfen. Wichtig ist dadurch zu erwähnen, dass die Briten ein neues Heer aufstellen für Chur Hannover. Und dass es da Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel in einer Schlacht von Rheinberg und Krefeld gelingt, rechtsrheinische Gebiete zurückzuobern. Und die Franzosen ziehen sich zurück hinter die besetzte Stadt Wesel. Ja, das kommt dann, ist dann später auch nur die Wacht am Rhein und so. Wer soll den Rhein vor den Franzosen verteidigen? Also das haben halt die norddeutschen Länder zusammen mit britischer Hilfe immer gemacht, wie Hannover, Braunschweig, Brandenburg, Preußen. Also im Jahr 1758 rennt Friedrich von Schlacht zu Schlacht, wird in Schlesien stark zurückgedrängt. Aber zumindest im Westen gibt es Teilerfolge. Die Franzosen werden zurückgedrängt mit einem neuen himmlischen Heer. Aber die Briten, die machen ja Fortschritte. Also die setzen sich in den Kolonien langsam aber sicher durch. Preußen bindet ja französische Truppen auf dem Kontinent. Dadurch haben die Briten in den Kolonien freie Hand. Dadurch haben wir heute sowas wie die Vereinigten Staaten von Amerika und die sprechen alle Englisch. Ja, also ich glaube ja, die gewinnen in Quebec irgendwie so eine große Schlacht. Und dann nehmen sie, glaube ich, den Franzosen noch in Indien ab. Ja, die Besitzung da, die sie da noch hatten. Genau, das ist das Jahr 1758, das ist Jahr 1759. Ja, das ist eigentlich eine Paz-Situation. Also die Armeen können eigentlich, Preußen können eigentlich kaum noch voran. Auch die Österreicher haben so ein bisschen zu knapsen. Das sind jetzt schon zwei Jahre Krieg und die Ressourcen sind auserschöpft. Und trotzdem geht der Krieg noch einige Jahre weiter. So, aber 1759, ja, ist auch das Jahr einer sehr bedeutenden Schlacht, einer diesmal katastrophalen Niederlage. Die Russen und die Österreicher schaffen es nämlich, ihre Heere mal zu vereinen. Und das Österreichische und das Russische und fügen da Friedrich II. in Kunersdorf eine sehr, sehr empfindliche Niederlage bei. Sighting off and down. Genau, und da möchte ich euch mal aus der Zeit, einen Online-Artikel von der Zeit aus dem Jahr 2011, mal wenigen Minuten was vorlesen, okay? Dunkel, feindlich und drohend ragt die steile Wand empor. Vielleicht zehn Meter ist sie hoch. Wie eine Trutzburg hebt sie sich über den morastigen Hohlweg, den die Einheimischen von jeher Kuhgrund nennen. Hunderte haben an dieser Höhe ihr Leben gelassen. Jeder Zentimeter Boden muss blutgetränkt gewesen sein. Für Friedrichs Soldaten war es sicher nicht unmöglich, dort hochzukommen. Satt Grigoro Podrutschny, also ein Historiker aus dieser Region, das ist ja jetzt in Polen, das ist ja östlich von Frankfurt-Oder. Aber es waren die letzten Schritte von toten Männern. Niemand kennt das Schlachtfeld von Kunersdorf, das heute Kunowice heißt, jene Städte unweit der Oderstadt Frankfurt, an der einst das blutige Gemetze der Siebenjährigen Kriege stattfand, besser als Podrutschny. Systematisch hat der polnische Kunsthistoriker vom Collegium Polnikum in Slupczywald und Felder nach Zeugnissen der Schlacht abgesucht. Er fand Bleigeschosse, Kartetschenkugeln, das ist so ein bisschen wie Artillerie-Kartetschen. Uniformknöpfe und sogar das Galett eines russischen Grenadiers, den eine Kugel von vorn ins Schulterblatt getroffen hatte. Und jedes Mal, wenn Podrutschny vor der steilen Anhöhe steht, fragt er sich, was hat Friedrich den Großen bloß bewogen, seine Soldaten ein derart sicheres Verderben zu schicken. Es ist drückend heiß am 12. August 1759. Seit Stunden versucht die preußische Infanterie, die Höhe an Kuhgrund zu erobern. Die Musketen mit aufgepflanzten Bayonetten nach vorn gerichtet, den schweren Turnister auf dem Rücken, in ihren steifen, wollenden Uniformjacken der Hitze ausgeliefert und von Mücken und Stechfliegen gequält, stürmen die preußisch Blauen immer wieder voran. Doch am Kuhgrund gerät der Angriff ein ums andere Mal in Stocken. Den Soldaten stürzten die toten Kameraden entgegen. Und noch ehe sich die preußischen Soldaten oben neu formiert haben, wären die meisten erschossen. Das Würgen war auf beiden Seiten entsetzlich, schreibt der preußische Militärwissenschaftler Georg Friedrich von Tempelhof, der als Artillerist an der Schlacht teilgenommen hat. Der König sammelte von den zurückgewichten immer wieder brave Leute und ließ sie aufs Neue anrücken. Die Schlacht von Kunersdorf endete mit der schwersten militärischen Niederlage, die Friedrich der Große als Feldherr hinnehmen musste. Er hatte geplant, eine fast doppelt so starke Übermacht von 60.000 Russen und 19.200 österreichischen Soldaten anzugreifen und niederzumachen. Am Ende sind 6.000 preußische Soldaten tot, darunter viele hohe Offiziere und auch der König selbst hätte fast sein Leben gelassen. Im letzten Moment, jetzt kommt das Bekannte, rettete ein beherzter Rittmeister ihn vor den Säbeln der russischen Husaren. Friedrich brach zusammen, mein Rock ist von Schüssen durchbohrt, zwei Pferde sind mir unter den Leib gefallen, schrieb der verzweifelte Feldherr. Mein Unglück ist, dass ich noch lebe. Ich halte alles für verloren. Adieu für immer. Das Grauen der Schlacht ist derart unbegreiflich, dass viele sich in eine scheinbar gefühlslose Schilderung von Details des massenhaften Sterbens flüchten. So wie jener Musketier, der in einer Schlacht bei Prag kämpfte. Mit den ersten Kanonenschüssen wurde unser Krumpholz mit der Kanonenkugel durch den Kopf und den halben Kopf hinweg geschossen. Das Gehirn und Hirnschale von Krumpholzen in das Gesicht und das Gewehr von der Schulter in tausend Stücken in zwei. Da lag nicht einer, sondern drei bis vier aufeinander. Einige tot, welche den Kopf hinweg, einige Beine kurz, die Arme vom Leibe. Summa, das Ganze erstaunend anzusehen war. In den fast zwei Jahrzehnten zwischen dem Einmarsch zwischen Schlesien 1740 und dem Fiasko von Kunersdorf 1759 hatten insbesondere die österreichischen Waffenschmieden gewaltige Fortschritte in der Artillerietechnik gemacht. Was Friedrich weitgehend ignorierte, er verachtete die Artillerie geradezu. Ihre Regimenter ließ er die schlechtesten Rekruten zuteilen. In den ersten Kriegen entschieden nicht die Kanonen, sondern die Menschen den Sieg, stellte er 1768 wehmütig fest. Nur wenige Wochen nach Kunersdorf gab er Anweisungen an einen seiner Gouverneure, alle nicht verwundeten Offiziere erst einmal unter Arrest zu stellen. Die Kerls, so nicht blessiert und das Gewehr weggeschmissen, befall der Mann, der mehr als 6000 Soldaten in den Tod geschickt hatte, soll er 40 Prügel geben lassen. Ja, also die Schlacht bei Kunersdorf. Ja, es hat noch heftige Auswirkungen gehabt. Also Prittwitzis, der Rittmeister, den er da gerettet hat, die Schnupftabagdose, die er da in der Musketenkugel abgefangen hat, die wird auch irgendwo ausgestellt hier, die ist ja auch legendär geworden. Er ist zurückgetreten nach der Schlacht, er hat abgedankt. Vier Tage. Ja, für vier Tage. Ja, ich glaube, und er ist, glaube ich, dann zurück in Berlin im Hauptquartier und dann merkt er, dass die Verluste doch nicht so riesig sind, weil ganz viele preußische Truppen zurückkommen und sich da wieder sammeln. Über 20.000. Naja. Die waren einfach zerstreut. Das ist richtig, ja. Ja, also es sind 6000 Tote, aber auch wirklich viele Verletzte und 16.000 Verwundete, insgesamt 6000 Tote davon. Das Problem bei dieser Niederlage war, dass ja Staat und Armee in Preußen eins war. Darum war das so katastrophal. Er dachte wirklich, jetzt haben die freie Fahrt nach Berlin, können alles besetzen. Das war es mit dem preußischen Staat. Die Österreicher wollten Preußen ja auch aufteilen, den Staat zerschlagen und auf Kur-Brandenburg von 1614 zurücksetzen. Aber sie nutzen die Gunst der Stunde nicht. Naja, das Mirakel des Hauses Brandenburg. Ja, also die Russen haben so viele Verluste, dass sie sich ein weiteres Vorrücken nicht trauen. Es gibt irgendwie eine Korrespondenz. Das ist wieder der Nimbus von Friedrich. Genau. Das kann doch nicht sein, dass wir den jetzt hier gepackt haben. Es gibt eine Korrespondenz mit Elisabeth. Elisabeth. Noch so ein Sieg und... Genau. Und ich muss alleine die Botschaft vom Sieg überbringen. Also die Siege werden teuer verkauft. Das ist richtig. Schreibt er. Ja. Genau. Die Österreicher waren sich auch nicht so ganz einig mit den Russen dann. Also die wollten, die Generäle waren sicher auch, waren ja auch missgünstig. Die wollten ja nicht den großen Triumph dem anderen da lassen. Und das ist, was ich vorhin auch gemeint habe, dass so das Kommando war ja nicht so ganz klar. Die müssen sich ja erst Genehmigungen einholen. So, wer ist schneller in Berlin? Aber letztlich wären jetzt diese Vorteile im Prinzip, wenn sie an dem Punkt weiter vorgerückt wären, dann hätte man wahrscheinlich Berlin einnehmen können. Dann wäre es das gewesen mit Preußen. Dann gäbe es wahrscheinlich keinen preußischen König mehr oder vielleicht nur noch einen Markkraten von Brandenburg und das wäre dann wahrscheinlich wieder irgendein Österreicher geworden. Oder ein Luxemburger, wer weiß. So, aber wir sind ja immer noch im Jahr 1757, ne? 59. Oh, 59. Kunersdorf am 12. August 1759. Okay, so. Ja, General Fink kapituliert auch, 14.000 Mann werden gefangen genommen. Naja, im Westen nichts Neues, ja. So, dann steigen wir ein ins Jahr 1960. 1760. 1960. 1760, genau. Die Preußen sind im Prinzip damit beschäftigt, die eigenen Gebiete zu halten. Und die alliierten Truppen im Westen stützen die Preußen dann gegen die Reichsarmee. Österreich strebt Rückerobung von Schlesien an. Und dann gibt es nochmal wichtige Schlachten, Umfestungen in Schlesien. Und dann wird zum Beispiel ein preußisches Chor bei Landshut besiegt. Friedrich versucht vergeblich Dresden zurückzugewinnen, aber das geht auch nicht so richtig voran. Viel Geplänkel, ja, ja. Viel Geplänkel. Das ist wohl ein Mirakel des Hauses Brandenburg. Sie watschen von Müllrose nach Liberrose ab. Ja. Dass sie dann nicht auf Berlin gehen, sondern durch die Uneinigkeit dann irgendwie die Chance nicht nutzen. Dann können sich die Preußen neu formieren. Dadurch zieht sich der Krieg noch in die Länge. Und Preußen hat unglaublicherweise tatsächlich nochmal eine Chance. Also Friedrich muss dann auch nochmal nach Schlesien. Da sind die Österreicher mal wieder unter Dauen. Und da gibt es noch diese Schlacht bei Lignitz. Da kämpfen dann die Preußen nochmal gegen die Österreicher. Prinz Heinrich ist dabei. Und der konnte dann die Schlacht gewinnen. Und dadurch haben sich die Österreicher und die Russen nicht nochmal vereinigen können. Und konnten sie auch ein bisschen die Truppen auf Distanz halten. Allerdings war das auch noch ein kurzer Erfolg, weil dann musste Friedrich mal wieder ganz schnell nach Hause. Und im gleichen Jahr passiert die zweite Besetzung Berlins. Die am Ende mit 2 Millionen Thaler Schäden durch Plünderung endet und 500 Millionen Thaler Kontributionen nach sich führt und mit einer 4-Tage-Besatzung vom 9. bis zum 12. Oktober 1760 einhergeht. Der Stadtkommandant musste einen Haufen Wechsel bei Kaufleuten einlösen, um überhaupt die Stadt freikaufen zu können. Der war nicht so beliebt danach. Genau. Und das ist so, dass die österreich-russischen Truppen am 3. Oktober 1760 über Köpenick bis ans Cottbusser Tor und ans Hallesche Tor heranmarschieren. Dann gelingt es aber der Stadtkarnision noch, Truppen zu mobilisieren aus Beelitz und aus Templin und kann diese ersten Angriffe abwehren. Aber der Oberbefehlshaber Todlebens, der Österreicher, der kriegt dann nochmal 5000 Mann russische Verstärkung und unter diesen Verstärkungen zieht sich dann am 8. Oktober die Generäle oder die Feldherren von Württemberg und Hülsen nach Spandau zurück. Und auch der Stadtkommandant Hans Friedrich von Rocho kapituliert denn vor Totleben. Das ist derselbe Rocho, der auch die Eintagesbesetzung von Berlin zu verantworten hat. Und da müssen wir uns wirklich vorstellen, dass in diesem Siebenjährigen Krieg, also in der Summe fünf Tagen, hier in Berlin österreichische russische Truppen durchgerannt sind, die Stadt geplündert haben. Sicherlich gab es auch zivile Opfer. Und genau, also einen Rücken tun sie in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober. Ja, und dieser Hans Friedrich II. von Rocho, das ist dieser Stadthalter, der hat 1698 bis 1787 gelebt, ist in Brandenburg an der Havel und dann verstorben und war preußischer Generalleutnant und eben Oberkommandant von Berlin. Und es ist natürlich so, der hatte natürlich auch einen sehr schweren Stand, weil er dann die Stadt zweimal hergegeben hat, sich dann die Königin in Sicherheit gebracht hat in die Festung Spandau, was ihm eigentlich auch eher als Flucht ausgelegt wurde. Und es ist wohl so, dass er auch Kunde hatte von diesem Vormarsch dieser Truppe. Und die Berliner haben ihnen vorgeworfen, dass er nicht ausreichend die Stadt verteidigt hat. Und da muss man sich ja schon fragen, wir hatten das ja gemacht, diesen Berliner Festungsbau hatten wir ja auch schon mal. Also eigentlich war das ja wirklich eine große Festung hier mit Mauern und so weiter. Also das ist schon... Naja, die Stadt ist ja weitergewachsen. Es war ja dann später nur noch diese Zollmauer. Die konnte man ja mit drei Kanonenkugeln, konnte man die ja klein haben. Ja, stimmt. Und Kanonen hat natürlich diese Mauern auch ein Stück weit obsolet gemacht. Gerade am Schlesischen Tor und auch am Strahlauer Tor waren zum Teil auch nur Holzpalisaden. Genau. Dann heißt es so 1760, als Rocho als Erster die Meldung über die bevorstehende russische Expedition gegen Berlin erhielt, war er sichtlich geschockt und wusste nicht, wie er reagieren sollte. Die Verteidigung der Stadt wurde von Feldmarschall Lewald und General Seydlitz übernommen, um Rocho vor einer erneuten Blamage zu retten. Der ist auch tatsächlich dann in vierjährige russische Gefangenschaft geraten, der Rocho, und ist dann wiedergekehrt und reichte dann seinen endgültigen Abschied ein. Er lebte dann in Brandenburg an der Hafe und starb. Für die damalige Zeit in einem sehr hohen Alter. Ja, das war die zweite Berliner Besetzung 1960. Das ist im Siebenjährigen Krieg zweimal Berlin besetzt worden. Ja. Musste sich dann immer freikaufen. Richtig. Ja. Ja, wirtschaftlich hatte der Krieg auch ganz fiese Folgen für Preußen gehabt. Ja, für alle, ne? Ja, für alle natürlich. Aber das Land war ausgeblutet. Die Münzen wurden entwertet. Ja. Und die Steuereinnahmen wurden verpachtet an Kaufleute. Ja, genau. Also an Münzfuscherei begann. Also das Kupfer wurde entwertet. Richtig. Und er hat, ich glaube, teilweise wurde dem Preußen, dem preußischen Beamten auch der Lohn gestrichen. Ja. Dann hat man irgendwie, ich weiß nicht, diese Münzprägung, da brauchen wir noch irgendwelche Stempel, ne? Und diese erbeuteten Stempel der feindlichen Ammee hat er dann benutzt, um so eine Fake-Währung zu prägen, ne? Ja. Um dann damit mit dem Tausch halt dafür zu sorgen, dass der Gegner quasi den Krieg finanziert. Mit Silbergehalt reduziert. Genau. War schon schlau, aber es sind natürlich keine ökonomisch stabilen Maßnahmen, sagen wir es mal so, ja. Ja. 1760, ja. Es gab noch eine große Schlacht bei Torgau an der Elbe. Ja, da sind die Österreicher aus Sachsen vorgerückt. Das war auch eine sehr heftige Schlacht. Das ist auch wieder gegen den Daunen. Auch wieder gegen Daunen, der hat ihm die ganze Zeit zugesetzt. Also es gibt jetzt sehr viele Niederlagen in dieser Phase. Ja. Schwedische Tropfen, äh, Tropf. Auf den heißen Stein. Schwedische Tropfen auf dem heißen Stein setzten sich in Vorpommern fest. Und da gibt es noch eine Schlacht bei Kloster Kampen. Im Rheinland, ja. Im Rheinland, genau. Ja, bei Torgau war schon, das war schon nochmal ein wichtiger Sieg. Dadurch wurden die Österreicher dann auch nach Schlesien zurückgetreten. Ja, man muss auch wissen, also wir haben hier so ein paar große Schlachten angesprochen, aber natürlich, es gab eine ganz große Zahl an Schlachten. Es gab auch mal Gefangennahme von irgendwie 12.000 preußischen Soldaten. Von, genau. Der Finkenschlag. Finkenschlag, ich glaube, das hieß so, ja. Ach du, was ich, was ich noch sagen wollte, in dieser Schlacht bei Kunersdorf, ist der Kleist gestorben. Ewald Kleist, nicht Heinrich von Kleist. Nachdem der Park benannt ist. Nee, ja. War das nicht Heinrich von Kleist? Ja, vielleicht ist doch ein anderer Kleist. Heinrich von Kleist, ja. Also Kleist von Kleist, auch ein altes preußisches Adelsgeschlecht, auch mit vielen Offizieren in der Armee. Ja, auch die Generäle, habe ich schon erwähnt, Seidlitz, Zieten, Tauenziehen, viele Straßen nach den Leuten benannt. 1761 steht eigentlich ja auch nochmal im Vordergrund, da macht ja auch Friedrich nochmal eine diplomatische Offensive. Er versucht also das Osmanische Reich und noch andere Länder gegen die Österreicher aufzubringen, um da irgendwie Truppen zu binden, aber das gelingt ihm nicht so recht. Vorhin gegen die Russen auch, ne. Also dachte, gemeinsame Interessen mit dem Osmanischen Reich auf dem Balkan. Da waren sich Österreich und Russland, die wollten da ja beide Gebiete erobern. Da waren die sich auch nicht so grün. Da dachte er, okay, dann können wir vielleicht mal versuchen, dass wir da mal ein Keil zwischen die verfeindeten Parteien treiben, aber es hat wirklich nicht funktioniert, ne. Ja, und die Lage für Friedrich verschlechtert sich eigentlich auch zunehmend. Er hat eigentlich nur Glück, dass die anderen sich nicht zusammentun und den Preußen den entscheidenden Schlag versetzen. Ja, also die Russen erobern auch noch Kohlberg in Hinterpommern. Und die Schweden machen weiter Dampf. Also er wird eigentlich eingekesselt. Die Schweden machen Druck, die Russen machen Druck, die Österreicher machen Druck. Die Franzosen schwächeln ein bisschen. Ich glaube, diese westliche Grenze, die ist recht stabil. Ja, da schafft es auch ein preußisches Heer, auch mehrere Siege gegen die Franzosen zu erzielen. Und die Briten stellen auch noch ihre Subsidienzzahlung ein. Subsidienzzahlung. 1761 sind wir, die Spanier treten jetzt auch noch in den Krieg mit ein und kämpfen gegen die Briten in den Kolonien dann auch auf französischer Seite. Stimmt. Auch noch etwas, was da passiert. Aber sind nicht die Portugiesen irgendwann auch auf der Seite der Preußen? Ja, auf der Briten auch vor allen Dingen. Ich glaube, die britisch-portugiesische Allianz ist einer der ältesten Bündnisse der Welt. Das rührt noch aus dem 14. Jahrhundert, immer gegen Spanien gerichtet natürlich. Ja, es gibt dann auch einen Krieg zwischen Portugal und Spanien. Was 1761 noch zu erwähnen ist, ist ja in Schlesien auch noch die Konflikte, also der Kriegsschauplatz gegen die Österreicher unter Laudon und die Russen. Da verschanzt sich Friedrich in Schlesien in der Nähe von Bunzelwitz. Und das preußische Heer hat 50.000 Soldaten noch und die Österreicher und Russen haben zusammen 132.000, also mehr als doppelt so viele. Und das geht nur mit geschickt manövrieren. Aber das Land, also das Problem von den Österreichern war dann, dass die Armee zu groß war und dann gar nicht mehr ernährt werden konnte. So richtig die Verbindungswege wurden zu lang. Also im Krieg ist ja auch ein riesen logistisches Problem wie im Dreißigjährigen Krieg. Das ändert sich ja nicht. Die Armee fährt ja immer noch auf ihren Magen. Und dadurch ist eigentlich keine der beteiligten Armeen mehr in der Lage, so richtig Entscheidungsschlachten herbeizuführen. Es setzt überall eine Ermüdung ein. Ja, nach vier Jahren Krieg, fünf Jahren Krieg, sechs Jahren Krieg. Das hört man ja auch immer, wenn man so die, ich erfolge immer gerne den Podcast Streitkräfte und Strategien, die den Ukraine im Krieg behandeln. Und das wird dann auch immer von den ganzen Experten, wenn die Moderatoren fragen, wann der Krieg denn endet in der Ukraine. Die meisten sagen, wenn beide Seiten nicht mehr können, wenn bei beiden Seiten eine Ermüdung einsetzt. Und das ist immer die Frage, wann das denn eintritt. Aber 1662 wird so ein bisschen zum Schicksalsjahr und zur Wende. Übrigens, man muss ja noch erwähnen, dass in diesem Krieg auch noch seine Schwester parallel stirbt und seine Mutter. Auch Haufen Freunde von ihm. Er fühlt sich am Ende auch alleine. Alle Leute, die ihm lieb waren, sind im Prinzip gestorben. Also danach war er wirklich ein frustrierter, einsamer alter Mann, der sich dann nur noch nach Sanssouci aufs alten Teil zurückgezogen hat. Aber das behandeln wir auch nochmal in einer anderen Folge. Ja, 1762, da wird auch fälschlicherweise nochmal vom Mirakel des Hauses Brandenburg geredet. Nicht nur, aber das eigentlich ist halt Kunersdorf. Das zu einer Entlastung führt dann, dass eine seiner Erzfeindinnen stirbt, und zwar die Zarin Elisabeth von Russland. Er hatte immer die drei Erzhuren Europas, waren für ihn ja immer Maria Theresia, die Zarin von Russland und die Madame Pompadour, die immer Politik gegen ihn gemacht haben. Und Zarin Elisabeth stirbt jetzt. Die wollte Ostpreußen im Tausch mit dem Polen gegen Lettland haben und hatte dann eigene Kriegsziele. War auch natürlich nicht milde gegenüber Friedrich eingestellt, wer jemanden als Erzhure nennt, den kann man natürlich dann nicht mögen. Auf jeden Fall stirbt die und dann kommt ihr Sohn an, die macht Piotr der Erste. Und der ist preußenbesessen. Der ist ein riesen Fritz-Fan. Der kriegt auch sofort einen schwarzen Adlerorden und der geht dann ein Bündnis mit ein. Er wünscht sich den schwarzen Adlerorden. Ja, bekommt er auch. Während die noch im Krieg sind. Ja. Also er war ein ganz großer Preußen-Fan. Es ist auch eine sehr schillernde Figur, die gar nicht so schlecht war, wie sie jetzt gemacht wird. Er war auch nicht lang an der Macht. Er wurde dann irgendwie entsorgt und danach kam Katharina die Große. Die aus Zerbst. Aus Anhalt Zerbst an die Macht. Die war dann aber nicht mehr so eine Preußen-Fanin, um das mal so zu sagen. Auf jeden Fall führt das dazu, dass Russland sich erst mal aus diesem Krieg zurückzieht. Und nicht nur das. Ja. Es gibt ja noch eine, ich glaube, 20.000 Mann starke Schutzmacht, die irgendwo stationiert wird, irgendwie in Ostpreußen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo, aber die auch noch Truppen bindet in Österreich. Aber und ich meine, dass jetzt sich auch die Schweden zurückziehen, nachdem sich die Russen zurückziehen. Das heißt, die nördliche Flanke und die östliche Flanke kommen, ja, also es ist nicht mehr, wird nicht mehr bespielt. Ne, das ist im Prinzip die Rettung tatsächlich für Preußen. Also Preußen hätte mittelfristig diesen Krieg verloren, weil einfach aufgrund der Ressourcen, die Kriegsressourcen waren vorbei ausgeblutet. Denn als Katharina die Große, denn als Zarin regiert, wenn sein Mann als ihr Mann aus dem Verkehr gezogen wurde, da ist es irgendwie, das habe ich mal gelesen, dass sie wohl irgendwie eine Korrespondenz liest zwischen ihrem verstorbenen Mann und Friedrich dem Großen. Und dort äußert sich Friedrich der Große sehr wohlwollend über Katharina die Große. Und das soll wohl auch sie dazu bewogen haben, da so milde zu sein und zumindest in so einem Neutralitätsmodus, den zumindest beizubehalten. Weil das macht sie auch nicht. Sie führt ja nicht neuerlich Krieg. Wer später nach Russland reist, ist Prinz Heinrich, der jüngere Bruder von Friedrich dem Großen. Und der versteht sich ganz fantastisch mit Katharina. Also dann werden auch die polnischen Teilungen und so später vorbereitet. Also genau, das kommt ja noch später. Das kommt später. Also das ist natürlich für die Polen immer sehr bitter, aber da haben die Preußen und die Russen dann langsam angefangen, gemeinsame Sache zu machen, was ja zum Teil noch Traditionen unter lupenreinen Demokraten bis in die jüngste Zeit hatte. Vielleicht ganz kurz nochmal ein paar Daten. Also 5. Mai 1762 schließt man den Frieden von St. Petersburg mit Russland. Ja. So, und bei dem Friedrich der Große Ostpreußen, Hinterpommern und die Neumark zurückerhält. Und Schweden schließt sich mit dem Frieden von Hamburg am 22. Mai diesen Friedensvertrag an. Und dann gibt es sogar einen Bündnisvertrag am 1. Juni mit Peter III. Ja. Aber der wollte dann am 17. Juli ermordet. So. Ja. Genau. Und Katharina zieht dann das russische Korps wieder ab. Ja. Aber der Frieden bestand. Der Frieden bestand. Aber nicht das Bündnis. Und ja, dann hat Friedrich natürlich Kräfte frei, die Österreicher aus Schlesien und Sachsen zu verdrängen. Und dann geht er wieder gegen Dauen, Feldmarschall Dauen. Und der hatte keine Ahnung davon, dass die Russen nicht mehr mitmachen. Es gibt dann eine Schlacht bei Burkersdorf und Schweidnitz kann besetzt werden. Bei Freiberg kam es am 29. Oktober zur letzten Schlacht zwischen Österreich und Preußen. Die Preußen unter Prinz Heinrich siegten, womit ihnen die Rückgewinnung Sachsens gelang. Das heißt, Preußen hat wieder Sachsen und Schlesien in seiner Hand. Genau. Und das vor dem Hintergrund, dass alle wahnsinnig kriegsmüde waren und nicht mehr konnten. Führt das denn zu, aus sächsischen Vermittlungen, ja zu einem Waffenstillstand zwischen Preußen und Österreich? Ja, die Sachsen hatten auch keine Lust mehr, dauernd unter fremder Besatz zu sein und die Armeen da sich durchlaufen zu lassen. 24. November 1762. Ich habe noch einen Zehnzeiler, habe ich mir abgeschrieben vom, nicht abgeschrieben, Copy gepastet. Hat das Deutsch-Historische Museum da auf seine Homepage gesetzt. Am 15. Februar 1763 wurde der Frieden von Hubertusburg geschlossen. Der Friedensvertrag zwischen Preußen, Österreich und Sachsen beendete den Siebenjährigen Krieg, dem ab 1756 rund 180.000 preußische, 140.000 österreichische, 120.000 russische Soldaten zum Opfer gefallen waren. Wahnsinn. Sie starben auf dem Schlachtfeld an Verwundungen oder solche. Teile Preußens und Sachsens waren verwüstet. Zu Zehntausenden waren Zivilisten gestorben, misshandelt oder ausgeplündert worden. Fast sieben Jahre lang hatte der preußische König Friedrich II. einer feindlichen Übermacht die Stirn geboten, um Preußen neben seinen Bündnispater Großbritannien sowie den Feinden Österreich, Frankreich und Russland als fünfte Großmacht in Europa zu etablieren. Ja, das sind die politischen Folgen. Ansonsten wurde der Status quo ante wiederhergestellt, das heißt der Zustand vor dem Krieg, das heißt Preußen, ist halt eigentlich nichts erreicht. Na, ich glaube der Groß, also man sagt ja auch, ich meine, dass wir das schon mal in der vorherigen Folge hatten, dieses Stichwort Stellvertreterkriege, dass natürlich die Briten alles daran gesetzt haben, die Franzosen da zu binden in diesen Kontinentalkrieg, um interkontinental oder in den Kolonien zu punkten. Ja, Großbritannien hat seine Kriegsziele erreicht, das ist richtig. Also die Vormacht auf den Kontinent Frankreich zurück gedrängt und damit die Grundlage zum späteren Empire gelegt. Und diese Observationsarmee, die war ja zuerst stationiert, das war eine Truppenaushebung aus Mitteldeutschland, die aber in England stationiert waren. Die Briten hatten ja viele Jahre lang Angst vor einer französischen Invasion auf die Insel. Ja, klar, da wurde dann die Flotte, die Hölzer an der Mauer dann auch gebaut. Ja, die Franzosen wollten auch rübersetzen. Ich habe noch ein paar weitere Folgen. Ja, also Preußen ist Großmacht danach. Die kleinste zwar, aber immerhin, zwischen England, Frankreich, Österreich, Russland hat sich Preußen dann nochmal etabliert. Der deutsche Dualismus wird damit zementiert gegen Österreich. 100 Jahre später haben wir dann den deutschen Krieg, Preußen gegen Österreich, an dessen Ende der Krieg gegen Frankreich steht und die Einigung des deutschen Reiches unter preußischer Vorherrschaft, über 100 Jahre später. Aber dieser preußisch-österreichische Dualismus, der wird dann auch weiter fortgesetzt. Also auch im Heiligrömischen Reich deutscher Nationen. Du hast die norddeutschen protestantischen Staaten, Braunschweig, Hannover, Hessen, Kassel, die immer mehr auf preußischer Seite sind. Und später entwickelt sich daraus der norddeutsche Bund, nachdem Napoleon noch kam. Aber das sind so die ersten Ausläufer davon. Frankreich war danach total pleite. Ja. Belgien, ja, also die österreichischen Niederlande, also Belgien wurde nicht eingenommen. Das wollten die Engländer auch auf gar keinen Fall haben, weil das wäre denen zu nah dran gewesen am Kanal. Wie hieß das nochmal? Haus Bourbon Parma? Ne, was war das nochmal? Ja, die wollten da irgendwo Nachrichten drauf installieren. Oder man sagt ja auch, dass diese hohen Staatsschulden Frankreichs auch so ein bisschen die 1789-Revolution auch so mit getriggert haben. Also einfach die Armut der Leute. Richtig. Und den Reichtum zu sehen der Fürsten. Ich denke auch, man kann den Siebenjährigen Krieg als Mitgrund für die französische Revolution sehen. 1789 stürmen auf die Bastille, die Landbevölkerung ausgeblutet, der Absolutismus da, ja, die Grundlage geht da so langsam vorbei. Louisiana geht verloren, also die Kolonien am Mississippi, das geht auch alles später zu England. Großbritannien wird führende Kolonialmacht in Amerika, in Indien, auch zum Teil in Ostindien. Ja, so eine Art Protonationalismus vielleicht vor Napoleon. Nation, Vaterland, Preußen, durch diese gemeinsamen Erlebnisse in Leuten, die durch das kollektive Bewusstsein eingebrannt haben. Die Württemberger, die Protestanten, die sagen, warum kämpfen wir eigentlich hier für die Österreicher? Also schon so für eine Art Nation, dass man sich auch als einfacher Soldat mit der Nation identifiziert. Es sind auch Identitätsstiften für Deutsche, die weder Preußen sind, noch Österreicher. Ja, das ist klar, es ist wie Fußball, da hältst du es jetzt mit Dortmund oder Bayern. Oder wie Goethe gemeint hat, ja, wir waren für den Kaiser, mein Vater war für den Kaiser, ich war für Fritz, ich war für die Preußen. Ja, also ich hoffe, dass wir das so einigermaßen auf die Kette gekriegt haben, Jani. Es war wirklich komplex, ja, wir mussten auch zugegebenermaßen ein paar Mal anhalten, die Dinge nochmal recherchieren, aber wir wollen ja auch keinen Quatsch erzählen. Krieg ist und bleibt furchtbar, also das waren auch diese Peloton-Feuer, was wir schon mal hatten, diese Infanterie, Linieninfanterie. Schaut euch Barry Lyndon an, da wird… Barry, absolut, Barry Lyndon ist cool. Die Groteske einer Schlacht in Warren Laces, so im 18. Jahrhundert, wird dort sehr schön dargestellt, wenn drei Mann werden weggeschossen, die neben dir gelaufen sind und dann muss wieder die Reihen geschlossen werden und der zurück ins Glied. Und man läuft einfach weiter stumpf auf dem Feind zu, unter Trommeln und da kommt die nächste Salve und die nächste Reihe wird weggemäht. Preußen hat diese Siege nur mit einer eisernen Disziplin und drakonischen Strafen auch erreicht. Genau, die Soldaten sollten mehr Angst haben vor ihrem Kompaniechef. Offizieren, als vor dem Feind. Richtig. Da gab es so diese fiesen Spießrutenläufe, wo dann die Soldaten, die auch was verbrochen haben, dann durch einen Spalier von Soldaten gegangen sind und von jedem einen drüber gekriegt haben. Ein ganzer Humanismus, eine ganze Menschlichkeit, die Friedrich sonst propagiert hat in seiner Tafelrunde in Sanssouci, das hat er nicht in der eigenen Armee umgesetzt. Das war eher ein Werkzeug, eine Maschine für ihn. Ja, das ist auch wieder sehr ambivalent, auch nur um seine Machtinteressen durchzusetzen. Da gehen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Auch die zu den Schlachten gibt es noch richtig spannende Geschichten zu erzählen, was sich dort auch für Leute hervorgetan haben, welche sich nicht so gut angestellt haben wie das Schicksal der einzelnen Leute. Das ist ein mega spannendes Thema, sprengt aber komplett den Rahmen. Es ist schon kompliziert genug, diesen Siebenjährigen Krieg zu verstehen, wer wollte was, wer hat was erreicht am Ende. Ich denke, das haben wir, glaube ich, ganz gut auf die Kette gekriegt. Preußen stand mal wieder am Rande der Niederlage, am Rande der Nicht-Existenz. Preußen gegen alle. Ja, Preußen gegen den Rest der Welt, zusammen mit Großbritannien, ist am Ende siegreich hervorgegangen. Genau, weil der Sieg ist in dem Sinne die endgültige Behauptung der Schlesiens. Ja. Und das hat eben drei Kriege gedauert. Ja, und danach hat auch keiner mehr dran gerüttelt. Und das war im Prinzip auch der letzte große Krieg, den Friedrich geführt hat, danach hat er keinen Bock mehr gehabt. Genau, also es gibt noch in dieser polnischen Teilung fällt die Landbrücke zwischen Preußen und der Mark Brandenburg. Ja, das ist ein großes Verbrechen auch an der polnischen Bevölkerung, aber da haben Preußen, Österreich und Russland einfach zusammen Polen aufgeteilt, ohne einen einzigen Schuss. Und dann gibt es quasi ein durchgängiges, das Land ist dem, wie nennt man das denn ja nie. Ja, du konntest zu Fuß von Berlin nach Königsberg ohne durch fremdes Territorium. Genau, richtig. Man war nicht mehr König von, sondern in Preußen. Nicht mehr König in Preußen, sondern König von Preußen. Das machen wir später, ja. Also die Preußen hatten danach auch erstmal die Schnauze voll vom Krieg führen und haben dann ihre Arrondierung des Territoriums auf Kosten von Polen dann am Tisch beschlossen. Was will Polen gegen Österreich, Russland und Preußen tun? Wir teilen das Land jetzt auf, wir runden unser Territorium ab. Das ist viel ökonomischer, als wenn wir darum kämpfen würden mit 200.000, 300.000 Verlusten und Toten. Es gab noch einen Krieg zwischen Preußen und Österreich, 1773, also Bayerischen Erbfolgekrieg, Kartoffelkrieg genannt. Da waren die Armeen hauptsächlich damit beschäftigt, sich gegenseitig die Kartoffeln auszugraben. Aber da hatte Friedrich auch keine Lust mehr zu kämpfen. Er war dann auch nicht mehr jung, nach dem Krieg ist er als alter gebrochener Mann zurückgekommen, wie man sich vorstellen kann. Alle, die ihm was wert waren, sind gestorben. Danach war er eigentlich kaputt. Hat noch ein bisschen Landesaufbau betrieben und ist furchtbar alt geworden für seine Zeit. Aber das behandeln wir alle später. Und die Jahre, ja vielleicht auch nicht, vielleicht tun wir es auch gerade. Da gibt es noch die Jahre nach dem Krieg, die stehen halt total im Zeichen von, da kommt wieder dieses eiserne Sparen. Es wird an allem gespart. Es gibt aber eine ABM-Maßnahme. Welche? Das neue Palli in Potsdam wird gebaut, damit die Handwerker in Not und Boot kriegen. Es gibt eine Anekdote, dass er so krass Haushaltsbuch geführt hat, dass die Köche, wenn die zu viel Geld ausgegeben haben, dass die teilweise eine Kerkerstrafe bekommen haben, wenn zu viel Geld ausgegeben wurde. Friedrich hat sich, wenn irgendwie die Kutschen kaputt waren oder so, die haben sie nur bei Nacht repariert, weil sie nicht sehen wollten. Weil sie nicht wollten, dass Friedrich diese Reparatur, diese kostspieligen Reparaturen sieht. Also sie hat wirklich dann alles dran gesetzt, die Wirtschaftskraft wieder aufzubauen. Ich würde eigentlich gerne noch so eine Zwischenkriegsfolge machen, wo es auch mal um den Wiederaufbau ging, dass wir das alles da mal behandeln. Das ist auch mal ein paar lustige Anekdoten. Ich habe noch eine Anekdote nach der Schlacht bei Leuten, die wir vorhin erwähnt haben. Gibt es eine Legende, das stimmt wohl nicht, aber ich fand es sehr lustig. Es gibt so ein Schlösschen Lissa. Nach einer Schlacht war oft großes Chaos und dann ist Friedrich, ohne eine große Armee, ist er in das Schloss Lissa. Er wollte dort ein Nachtquartier nehmen und findet da die kompletten österreichischen Generalstab. Und sagt so, kommt rein, meine Herren, zieht den Hut. Und die waren so verblüfft, dass sie da aufgegeben haben, weil sie nicht dachten, dass so ein preußischer König einfach ohne Armee da jetzt so reinschneit. Und haben sich da zurückgezogen und sind gefangen. Aber es stimmt nicht. Es ist auch so eine Legende, die der Krieg gezählt hat. Es ist halt so beides. Friedrich verliert natürlich auch die ersten großen Schlachten. Und diesen Nimbus, den er sich in den ersten beiden Kriegen erworben hat, der geht ja zwischendurch auch tatsächlich verloren. Und den erwirbt er sich wieder mit glorreichen Siegen. Er trifft auch knallharte Fehlentscheidungen. Genau. Und manchmal machen seine Generäle, Seidlitz vor allen Dingen, gerade die aufrügerischen Kavalleristen wie Seidlitz und Zieten, die hören nicht immer auf den König. Sagen, nee, ich weiß das besser. Ich weiß genau, ich passe den richtigen Moment für die Schlacht ab. Und dadurch verscherzen sie es sich auch sehr mit Friedrich. Aber am Ende ist er ihnen dann doch dankbar, weil er einsieht, dass sie recht hat. Sag mal, ist der alte Dessauer da schon tot? Ja, der müsste, weiß ich nicht. Oder uralt. Der spielt da keine Rolle mehr. Der spielt keine Rolle mehr. Na gut. Gut, Jani. Lassen wir es erstmal. Wir sind eine Stunde zehn. Wahrscheinlich, nachdem ich es gekürzt habe, eine Stunde fünf. Ihr könnt dann sehen, wie viel. Jetzt habe ich es einmal gesagt. Jetzt wisst ihr, wie viel ich gekürzt habe. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Ihr könnt das ja auch aufteilen. Wir geben uns die größte Mühe. Es wird prinzipiell, tendenziell immer schwieriger, das vernünftig gut zu recherchieren. Aber genau. Jani, was hatten wir für Quellen heute? Für Quellen, ja. Ich habe weiterhin von Friedrich II. Georg Holmstein die Rohr-Volt-Monografie. Ich habe mir sehr viel im Internet auf Wikipedia zu den Schachtverläufen angeguckt, weil das findet man nicht besser. Ich hatte nochmal geschieht. Die Schichte in Berlin in Daten von Wolfgang Grebbe und Ingo Materna. Ich habe noch einen schönen Vortrag bei YouTube gesehen von Prof. Dr. Wolfgang Burgdorf. Ja, der liest aber auch nur Wikipedia vor. Nein, das ist schon ein bisschen komplexer. Die europäische Dimension des Siebenjährigen Krieges. Weißt du, was mir daran nicht gefallen hat an dem Vortrag? Das war nicht so charismatisch. Ich fand diese Herleitung von Homosexualität und Kriegstrieb, Sublimierung, fand ich fragwürdig. Also nur, weil ich schwul bin, fahre ich doch keinen Krieg an. Komm, das erwähnen wir nochmal. Also im Prinzip wurde in diesem Vortrag die Frage aufgeworfen durch die, wie wäre das genannt, gleichgeschlechtliche Neigung, nenne ich das glaube ich, dass dadurch dieses Kriegstreiben von Friedrich dem Großen so eine gewisse Kompensation ist für dieses Makel, was er selber empfindet an sich. Das finde ich an den Haaren herbeigezogen. Ja, keine Ahnung. Also es ist ein interessanter Punkt. Also ja, keine Ahnung, weiß ich es nicht. Aber ich finde das sowieso gut. Janni, wir haben das ja schon häufig gemacht. Aber wenn wir das zu einer festen Kategorie machen, dass wir am Ende mal die Quellen mal aufzählen, die wir benutzt haben. Haben wir immer wieder gemacht. Aber das machen wir jetzt zur... Ich habe dazu auch noch von Leopold von Ranke preußische Geschichte gelesen. Ich muss sagen, es ist über 20 Jahre her, dass ich mich damit intensiv beschäftigt habe. Ich fand es mega faszinierend, auch zu dem genauen Kriegsverlauf, die einzelnen Schlachten und unter den Bedingungen, wie man so eine Armee zusammenhält, wie man Staat zusammenhält. Ja, es ist ja auch so, dass diese einzelnen Schlachten ja mitunter ja regional halt immer wieder begangen werden und simuliert werden. Sehr viele Mythen und Legenden sind dadurch natürlich auch entstanden und auch sehr viel Gemeinschaftsgefühl auch. Trotz aller Verluste muss man auch sagen, dass das ja auch diesen Preußen-Mythos verstärkt hat und am Ende auch unter Hitler dann zu Deutschlands Untergang geführt hat, indem er dachte, das kann er auch. Man muss auch sagen, Friedrich hat sehr viel Glück gehabt. Das hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Er war schon am Abdanken, er war kurz davor, sich umzubringen. Das hätte nicht so gut funktionieren müssen. Und darauf dann so eine nationalistische Propaganda-Erzählung zu machen, ist sehr wackelige Beine. Und er zeigt ja auch, wie hat er, glaube ich, auch immer so eine Dose mit Opiumpillen, mit denen er sich jederzeit umbringen kann. Ja. Naja. Kann klappen, muss aber. Sehr spannend. Also Friedrich der Große, der nimmt uns wirklich mit, schon seit Folgen, aber es ist auch wirklich, es ist einfach auch cool. Spannender Charakter, ja. Und wir hatten ja mit den beiden Besetzungen Berlins, haben wir wieder einen Berlin-Bezug gehabt. Ja. Genau. Ich freue mich drauf, wenn wir was auch mal über Potsdam und sonst was hier machen. Ja, das machen wir. Ein paar schöne Sachen. Gut, Janine. Okay. Joa Christoph, danke. Dann hat Spaß gemacht mit dir. Ja, hat Spaß gemacht. Bis bald. Auf bald. Ja, mach Gerastic. Ja, mach Ger VIP. Bitte, dass ich zu Pleasele. Ja, mach Hubert. Danke. Wirúc Aμε. Power Ferret. Herr released. Vielen Dank.